Heute geht es um Draggable Lists. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen an diesen Sonntag. Heute geht es um Draggable Lists. Also wie man im Prinzip eine Liste mit dem Auszeiger so ein bisschen sortieren kann, Elemente rausziehen und so weiter. Das Ganze ist ziemlich einfach. Dafür gibt es nämlich richtig coole Tools und eins davon werden wir uns heute ansehen. Grundsätzlich geht das Ganze, wie gesagt, sehr einfach und deswegen verlieren wir da auch nicht wirklich viel Zeit drüber. Wenn ihr Fragen oder sowas habt, schreibt unten in die Kommentare oder joint ganz oben dem Discord Community Server. Aber den Link dazu findet ihr, wie gesagt, ganz oben in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr eure Fragen stellen, Anmerkungen oder einfach mit der Community ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall schaut vorbei, es lohnt sich. Aber jetzt verlieren wir nicht mehr Zeit, also los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es darum, wie wir Draggable oder Sortable Lists bauen. Das Ganze ist sehr praktisch, würde am Ende so aussehen. Wir haben hier an der Seite so einen kleinen Händler. Wenn wir da mit dem Haus drüber gehen, können wir das Ganze sortieren, können damit dann später beispielsweise das Ganze als Array abspeichern, um es auf einen Server zu spielen oder zu aktualisieren oder was man auch immer damit machen möchte. Es gibt unendlich viele Verwendungen dafür im Prinzip. Das Ganze, was wir heute machen, basiert auf einer kleinen JavaScript-Library, nämlich Sortable. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch eine Live-Demo hierzu ist unten in der Videobeschreibung. Als erstes, was wir wie immer machen, ist, diese Library zu integrieren. Das Ganze funktioniert ganz einfach über npm install sortable.js--safe, damit wir das Ganze in unserer Entwicklungsgebung abspeichern können. Und wie diese hier funktioniert, also warum ich hier einen SAC-Ordner habe, was Node-Modules bedeutet und so weiter, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, ist ein Link zu der Erklärung, wie das alles aufgebaut ist. Falls ihr neu seid, schaut euch das zuerst an, sonst könnte es eventuell ein bisschen komplizierter werden. Ansonsten machen wir jetzt weiter. Wir haben npm installiert und wollen jetzt unsere Library verwenden. Dazu brauchen wir im Prinzip nur diese kleine Zeile und sagen Import Sortable from Sortable.js. Damit haben wir die integriert und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und in unsere Live-Ansicht gehe, seht ihr, es passiert noch nicht sonderlich viel. Allerdings, wenn wir hier reingehen, das Ganze untersuchen, im Body-Tag auf unsere Global, diese in einem neuen Tab öffnen, seht ihr, die ist schon voll. Was heißt, wir haben es erfolgreich importiert. So, aber was müssen wir als nächstes machen? Ich würde sagen, wir stylen das Ganze erstmal etwas. Und zwar habe ich jetzt hier schon etwas vorbereitet, nämlich eine Main CSS, hier ist schon ein bisschen was gestylt. Ist nicht wirklich wichtig, sorgt nur dafür, dass der Hintergrund nunkel ist und dass alles in der Mitte zentriert ist. Grundsätzlich könnt ihr das, wie gesagt, anpassen, wie ihr möchtet. Das Erste, was wir machen, wir haben eine Index-HTML. Hier befindet sich eine Liste mit der Klasse List-Container. Das ist unser erstes Element, was wir stylen wollen. Das kopieren wir uns jetzt einfach mal hier rein. Ups, zack. Und können es jetzt stylen. Ich kopiere mir einfach mal ein paar CSS-Zeilen hier rein. Unser Margin-Padding 0, weil standardmäßig hat ein UL-Element Margin und Padding. Das müssen wir vernichten. Außerdem sage ich, wir machen Border-Radius 1, also ein Rem, damit wir das Ganze ja so ein bisschen abgerundete Ecken haben. Sieht ganz nett aus. Das Overflow-Hidden, damit diese abgerundeten Ecken auch wirklich funktionieren. Sonst würde, weil die orange Farbe kommt von den Elementen an sich, würde die orange Farbe hier rausgehen. Das nächste, was wir machen, wir legen da einen kleinen Schatten hinter, damit das sich so ein bisschen hervorhebt, ist wie gesagt Geschmackssache. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und aktualisieren, dann sehen wir, wir haben schon den Schatten. Wir haben abgerundete Ecken. Allerdings passt das hier drin noch nicht wirklich. Deswegen müssen wir jetzt hier drin unser List-Element nehmen. Unser List-Element fügen wir jetzt einfach hier drunter, sagen List-Element und das wollen wir ebenfalls stylen. Und hier kopiere ich mir ebenfalls ein bisschen was hinzu und sage einmal Margin 0, dann Background-Orange, Padding 2 Rem, dass so ein bisschen Abstand ist zwischen dem Text und dem äußeren Rand. List-Style-None, damit die Punkte weg sind. Sage Font-Size 2 Rem, also 20 Pixel. Font-Family soll eine Sans-Serif sein, also ohne Serifen irgendeine Schrift. Dann Farbe natürlich weiß, Cursor soll move, wobei das können wir hier erstmal rauslöschen. Dann Border Bottom Solid, also dass einfach diese schwarze Linie unten drunter ist. Wir sagen, also wir fügen dem Ganzen eine Transition hinzu und sagen hier Display Flex Row und das Ganze praktisch zentriert ist. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und aktualisieren, sieht das Ganze schon deutlich mehr aus, wie wir später haben wollen. Grundsätzlich ist das schon alles, was wir erstmal brauchen. Jetzt können wir weitermachen, ein bisschen Funktionalität zu dem Ganzen hinzuzufügen. Und das erste, was wir machen, ist, wir erstellen uns ein neues Element. In unserem Fall sage ich einfach Konstruktor Element, also const Element gleich Document Punkt Query Selector. Und unser Query Selector soll natürlich jetzt etwas hinzuzufügen. In unserem Fall sagen wir Dragable List. Was heißt, wir haben in unserer Index.html unserer Liste eine ID gegeben, nämlich Dragable List. Das suchen wir hier und unser Element führt nun zu Dragable List. Das nächste, was wir machen, ist, wir stellen uns eine weitere Variable. Diese heißt Sortable und ist ein Element, nämlich Sortable, was wir hier oben ja importieren. Theoretisch hätte man es auch kopieren können. Und sagen Create und fügen einfach unser Element hinzu. Das Ganze speichern wir jetzt ab, lassen es aktualisieren. Und jetzt können wir unsere Sachen hier bewegen. Und ihr seht auch hier schon ganz leicht, dass die zwei jetzt hier unten steht und nicht mehr da oben. Aber so sieht es noch ein bisschen, naja, verwirrend aus. Also man sieht ja nicht wirklich, was sich hier verändert. Also es verändert sich zwar, aber es ist nicht wirklich nutzerfreundlich. Wenn ich hier bin und das bewegen kann, dann sehe ich ganz genau, welche Position ich habe. Und das müssen wir natürlich auch machen. Das Ganze lässt sich über CSS lösen. Und zwar um zwei kleine Klassen, die wir jetzt hinzufügen müssen. Nämlich einmal in dem Moment, wo unser Listelement eine weitere Klasse bekommt, nämlich Sortable Ghost. Das ist nämlich die Klasse, die vergeben wird an das Element, was er jetzt im Hintergrund, also die 8, die im Hintergrund ist, die sich in der Reihenfolge verändert. Das ist Sortable Ghost. Und das wollen wir jetzt verändern. Und zwar sagen wir, das Ganze soll im Prinzip einfach die Hintergrund, diese dunkle Hintergrundfarbe annehmen. Deswegen füge ich das jetzt einfach hier ein. Zack, Background Second, also die dunkle Hintergrundfarbe. Und in dem Moment kann ich das Ganze hier wunderbar bewegen. Und wir sehen jetzt im Hintergrund halt ein Ghost Element, was sich richtig mitbewegt. Jetzt können wir das Ganze theoretisch schon so lassen. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Allerdings seht ihr hier, das Ganze sieht noch ein bisschen sehr oberflächlich aus. Also wir haben hier keine Animationen drin. Es bewegt sich nicht schön. Es ist alles noch nicht so rund. Und das Ganze kommt jetzt über Functions. Und zwar hat Sortable eine ganze Menge Funktionen. Wir werden uns jetzt mal ein paar angucken. Und zwar gibt es hier eine ganze Menge Optionen. Das Erste, was wir machen, ist die Animationsfunktionen. Die kopieren wir uns jetzt einfach mal hier raus. Das halte ich nicht. Das schließen. Und sagen jetzt hier hinter Komma. Geschweifte Klammern auf. Und fügen einfach unsere Animationen hinzu. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und in dem Moment haben wir jetzt unsere Animationen. Das Ganze sieht schon mal deutlich besser aus. Das Nächste, was wir machen können, ist, wir können bestimmte Events abfangen. Was heißt, beispielsweise können wir sagen, was soll passieren, wenn wir das Ganze fallen lassen. In unserem Fall haben wir hier jede Menge Sachen. Wie onChoose, onStart, onEnd, onAdd, onUpdate und so weiter. In unserem Fall sagen wir onUpdate. In dem Moment, wo etwas sich verändert, soll etwas passieren. In unserem Fall sagen wir jetzt hier Komma. OnUpdate soll etwas passieren. Hier wird ein Event weitergegeben. Und weil wir neugierig sind, lassen wir uns dieses Event einfach mal ausgeben. Event, Klammer auf, zack, speichern wir ab. Öffnen uns hier unsere Konsole. Das Ganze sollten wir vielleicht in einem neuen Fenster öffnen, damit man auch was vernünftig sieht. So, in unserem Moment, wenn wir das jetzt bewegen und fallen lassen, haben wir hier ein neues Event. Und können hier uns angucken. Und zwar haben wir hier einmal From. Also, wie sieht unser ganzes HTML-Konstrukt aus, bevor wir das Event abgefeuert haben? Und wie sieht es aus, wenn wir es abgefeuert haben? Und hier drin steht beispielsweise To. Also, was ist passiert? Hier drin haben wir unsere Kind-Knoten und können dann hier praktisch auslesen, wie unsere neue Reihenfolge ist. Und das Ganze als Array abspeichern. Das geht erstaunlich einfach. Und zwar müssen wir hierzu einfach nur was reinkopieren. Das mache ich mal eben. Einmal sagen wir OK. Wir haben einen neuen Array. Das sind unsere inneren Elemente. Und hier drin sagen wir jetzt OK. Unser neuer Array wird erstmal gecleart, dass er wieder leer ist. Dann sagen wir Event. Gehen in den To-Ordner rein. Gehen hier in die Schalt-Ordner. Führen eine ForEach-Schleife durch. Also, für jedes Kind-Objekt wird als Objekt-Element übernommen und pushen das hier in unseren Array. Und zwar sagen wir hier nur den inneren Text. Wenn wir hier im Anschluss an diese Funktion unsere Konsole ausgeben lassen und hier unseren Array uns ausgeben lassen. Können wir jetzt, wenn wir das Ganze aktualisiert haben und das mal bewegen. Zack, kriegen wir unseren Array. Mit eins und dann zwei ist hier unten. Oder ich ziehe zwei ganz noch unten. Dann wird zwei ganz am Ende stehen. Was heißt, so können wir uns das Ganze beispielsweise ziemlich easy als Array ausgeben lassen, um damit beispielsweise das Ganze per HTML wieder an unseren Server zu schicken. Also per Ajax oder per irgendwas damit was anzustellen. Was heißt, wir können damit ziemlich intensiv interagieren. Aber ihr seht ja, ich habe hier in der Seite nicht das ganze Ding dragbar. Also, wenn ich hier was bewege, passiert nichts. Sondern ich kann es nur über so einen, ja, über so einen draggable Handler im Prinzip bewegen. Und das ist sehr praktisch, wenn ihr beispielsweise hier noch mehrere Interaktionen drin habt. Was heißt, sowas wie dieses Element zu löschen oder dieses Element umzubenennen oder zu bearbeiten oder ähnliches. So kann man das im Prinzip hier drin direkt, ja, besser verwalten, sage ich mal. Und das Ganze können wir auch ziemlich easy machen. Und zwar müssen wir hier drin nur ein kleines Element hinzufügen. Und zwar sagen wir einfach, okay, IMG wollen wir hinzufügen. Und hier sage ich Punkt, Punkt, nee, warte, Assets slash Icons slash drag.svg. Alt brauchen wir in diesem Fall nicht. Und sage hier einmal Leerzeichen, kopieren wir das überall, machen wir hier überall ein Cursor rein, drücken Enter. Habe jetzt überall ein Bild eingefügt, aktualisiert das Ganze und es sieht nicht wirklich gut aus. Das müssen wir jetzt natürlich noch anpassen, so können wir es nicht lassen. Deswegen gehe ich jetzt in List Element. Hier drin habe ich jetzt ein Bild. Das möchte ich bearbeiten. Dieses Bild darf maximal 20 Pixel groß, 20 Pixel weit sein und hat einen Abstand nach rechts von 20 Pixeln. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sieht das schon genauso aus wie hier. Allerdings können wir immer noch das ganze Ding bewegen. Und hier kommt wieder unsere Library ins Spiel. Und zwar gehen wir jetzt nochmal hoch und haben hier einen Handle. Handle, myHandle, nehmen wir. Das wollen wir jetzt einfügen. Das fügen wir jetzt einfach noch hier oben mit hinzu. Und nehmen unsere Klasse myHandle. Könnt ihr natürlich umbenennen, wie ihr möchtet. Und geben jetzt jedem unserer Bilder die Klasse myHandle. Okay, das müssen wir jetzt natürlich leider auch noch überall einfügen. Das habe ich mir leider nicht im Vorfeld vorbereitet, sondern muss das jetzt einmal manuell machen. Aber man hat ja Zeit. So, das Ganze haben wir jetzt abgespeichert. Jetzt können wir es hier nicht mehr bewegen, sondern nur noch hier unten. Und damit wir das Ganze schön machen können, sagen wir jetzt myHandle. Und sagen hier drin, alle Bilder mit myHandle sollen den Cursor move bekommen. So, in dem Moment, wo ich das vergeben habe, können wir jetzt hier mit der Maus das Ganze wunderbar bewegen. Und können damit arbeiten, können das Ganze abspeichern und wunderbar überall verwenden. Wie gesagt, das Ganze ist ziemlich easy, also viel Spaß beim Nachmachen und das war's. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung, wie immer Links zu Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet und ein paar zusätzliche Inhalte genießen wollt, dann joint den Patrons. Patron ist eine Plattform, wo ihr einfach diesen Channel unterstützen könnt und gleichzeitig einen Custom-Rang bekommt. Ihr kriegt Zugang zu einem Raum in Discord und ihr kriegt natürlich zusätzliche Inhalte und die Videos hier einfach eine Woche eher. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao!